So Leute, was geht jetzt ab? Die Beschreibung ist auf jeden Fall Klassik. Bestes Team. So, ich hab vergessen zu wetten, scheiße. Den Fall geht's hier los mit Rossel und Lenny und Benno und Flo. Oh nö, Avalanche of Cuts. Das fängt ja schon wieder gut an mit so'n Fahrrad hier. Ich will das so rausnehmen! Ich will auch ein Fahrrad! Warum haben wir denn nur Leuchtpistolen? Wie, man kann ein Fahrrad nehmen? Kann man damit auch springen? Ja, kann man! Geil! Nicht übertreiben! Ist das eigentlich gut mit Fahrrad oder noch? Wo kommt der hier hin, Alter? Äh, was fällt da unten runter? Was ist das? Das scheint mir ganz schön klein zu sein. Ah ne, ist ein Bus. Das ist krass! Äh, muss man jetzt rechts oder links halten? Links! Boah, Benno! Oder auch rechts! Alter! Rechts! Doch links! Rechts! Bei mir sind das auch immer nur auf 4! Links! Der Bus war am lag, der Bus hat gelaggt! Nein! Das glaube ich jetzt nicht! Fuck! Der Bus hat gelaggt! Der Bus kommt alles ab da! Was denn? Fahr doch mal da hoch! Äh, Flo fliegt glaube ich gerade runter! Äh, ja! Eins vs. eins, okay! Da war die Kante bisschen leer! Äh, als gedacht! Junge, kannst du mal da hoch fahren? Ich bin dabei! Alter, was wärs für die scheiß Piratenschlange? Ich hab keine Muni mehr! Was macht der Bus da eigentlich? Scheiß kantiges Kacktell! Ich hab auch ne Leuchtpistole! Wow, das war jetzt knapp! Äh, ja! AAAAAAAAHHHHH! Ah, was war das? AAAAAAAH! Hat die ein Geräusch? Avalanche of cars, ist klar! Da kommt ein Bus hier runter, Alter! WOOOOOOH! Genau so ein Bus hab ich auch getroffen! Der war so halb im Boden drin, halb im Himmel drin! Jawoll! Eieieieieieiei! Also sagt man, kann da mit Fahrrädern hochfahren! Das ist geil, aber das ist egal ob du Fahrrad oder Fuß bist, weil du bist sowieso im Arsch dann! Ja, ich glaub sogar Fuß ist noch schneller beim Ausweichen! Ja! Jedenfalls vom Feeling her! Außer man kommt also Fuß gar nicht hoch, ist gar nicht los! Oh, sometimes, Sandy got a good feeling! Yeah! Geil, Leuchtpistolen! Wunderbar, warum hab ich schon geil an bei dir? Ja! So, jetzt! Auf long! Auf cars! XDX! Nein! Wir haben morgen 5! Ich brauch nen Orangenes! Ach, jetzt hier geht's ja erst an Andreas Brodo! So, was muss man hier machen? Auf die Busse schießt du richtig? Gut! Dann gehen wir mal los! Dann müssen wir übrigens mal Gas geben, ne? Nenni, kommt bei dir da was drunner? Ja, jetzt! Ja, wieso springt ihr meiner denn nicht? Hä? Ja! Ja! Wie lange? Du musst die oberen Busse abschießen! Ähm! Alter! Bei uns kommt nix runter! Doch, Steiner hätt man die Wand auch nie machen können, oder? Hey, Lenny, wie machst du das? Oh, Bus! Oh! Geht doch! Ja, Mann! Puh! Haha, wie du hast du weggefeuert! Alter, jetzt geht's aber ab hier, oder? Der erste Bus hab ich direkt weggefeuert! Flo Vorsicht! Das ist ne Tür! Nicht nur ne Tür! hähhhhh! Wie soll ich denn da von freikommen? Ah! Hä! Hä! Flo, die Ballee Flo, der Bus! Wie? Die Rohre! Die sind doch am geilsten, oder nicht? Ämmm.. Flo! Wow! Oh! Jetzt ist Feierabend mit den Rohren hier! ich will das auch platzieren so wie der was kommt da gerade alles runter lebst noch da kommt nur scheiße runter jetzt ist hier feier oder kann man hier nur sterben wenn man hier ist vor allem die röhren eigentlich so langsam hä und jetzt was ist eigentlich wenn Flo oben ist was ist da vorne kriegt man da was umsonst aber es ist doch nichts auf der map kann man da nicht hin springen mit an ich spring da jetzt hin mit an Flo hast du überlebt aber weiter rechts weiter links könnt es klappen oder ja ich glaube auch aber wir warten noch oben oder ich will oben machen wir cheaten jetzt ja klar wir warten noch die sind schon runter gesprungen ich mache gerade einen Faustkampf Lady hat gewonnen Lady hat gewonnen Lady hat gewonnen ich bin vor dem steckpunkt gestorben und ich kam und durfte nicht mal oben ankommen ja das hat einfach so lange gedauert das segnet jetzt beim nächsten mal hallo also wir können einmal machen dass man oben ankommt und dann wissen wir was ist und dann können wir aber wieder runter springen das dauert um zu lange wenn man kein mal ankommt wenn ihr jetzt aber das kann ja jetzt nicht sein das andere manche da muss ich nicht sagen wir können doch jetzt nicht verlieren gegen die beiden ne also zumindest nicht mit der mit der Fahrradfarbe richtig so dann muss ich mal gucken warum ist hier kein Kuhfall orange grau oder braun oder schwarz oder was das ist nimm doch lieber dunkelrot damals hättest du es schon dreimal geschafft das ist ne gute wir können mal Gas gehen im echten Lee würde ich hier dreimal so schnell hoch fahren ja klar mit dem E-Bike vielleicht richtig guck mal da kommen schon wieder acht Busse gleichzeitig wie machen die das ist echt so bei uns kamen drei muss man hier links oder rechts aber wir müssen noch ein wenig was übrig bleiben soll sie das alles Elas Alter was sie hier los was labeling ist vorsicht ihr müsst unaaidn ums up aber deshalb jetzt ist feier wo lohcer das glaube ich jetzt nicht kann man hier eigentlich rein körper Guck mal, guck mal, guck mal! Die Rohre sind alle weg, das ist nicht so ganz gut. Hepper, wir sind alle weg. Sind wir die auch alle weg? Wieso halten die Busse nicht mal an? Wieso kann man die nicht hier hoch... Wo ist denn denn die Rohre? Die sehen gar nicht. Äh... 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 Was für Rohre? Was sind das für Rohre hier, Mensch? Ich bin ja am Rohjuckeln. Oh, die machen ja alle Domino-Day hier, die Rohre. Ja, das riecht so. Oh. Dann habt ihr jetzt ein bisschen Scheiße, glaube ich. Äh, warum kommt da jetzt noch ein Bus, der... Was ist das da für eine Scheiße? Jogi, der Bus! Ah... Ah, Express-Bus! Nein, Express-Bus! Nein, 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 nein! Halt an! Halt an! Halt an! Halt an! Halt an! Halt an! Ja! Ja! Nein! Nein! Handy, ich komme! Mach doch irgendwas! Ich drück alle Knöpfe! Handy, ich halte dich auf! Ich drück alle Knöpfe! Alle halten! Nein! Roppelkuppelhandle! Nein, ich fall auch runter! Handy, dein Fahrrad ist deswegen schneller als die Röhre. Nimm das, das ist gut! Halt an! Toll! Nur wegen den Kack-Röhren hinten! Junge, fahr doch mal hier hoch, Alter! Was machst du hier eigentlich den ganzen Tag? Juckelt hier hoch von seinem Schwuchtel-Kack-Fahrer mit einem Gang! Kein Sinn, dass du hier nicht hochkommst! Halt an! Junge! Fahr doch jetzt! Halt an! Alter, bis der hier hochkommt, dann könnt ihr lieber runterschmeißen, das lohnt nicht! Nein, ich bin gleich oben! Nicht runterschmeißen! Warte gleich oben! Ja, okay! Joa! Ja, in ungefähr 20 Minuten, dann haben wir es geschafft! Halt an! Hallo! Du bist schon im Brandstück! Ich bin ja wirklich noch 20 Minuten! Ah! Fahr doch einfach da hoch! Tippel doch mal auf die Taste! Tippeln! Ja, mach ich doch! Auf die Gastaste tippeln! Du hast den leichtesten Ausweg gewonnen! Geht doch! Als ob du das nicht wusstest! Doch, ich fahr doch schon die ganze Zeit so hoch! Ne, tust du nicht! Ne, du fährstst jetzt dann irgendwelche komischen Piratendinger, als ob du Gegenwind hättest! Junge! Was fahrst du denn hier rum? Oh, Benno, jetzt pass auf! Jetzt hat dein letztes Stündchen geschlagen! Wenn er irgendwann hier hochkommt, ohne sich auf die Strasse zu legen! Ich glaube es ist gar nicht mal so eine gute Taktik wie alles am Einwand hier ist! Ähm... Das ist ja immer legendär! Wo ist der Panzer? Da ist der da! Zack! Benno, ich glaube es ist nicht so eine gute Taktik, einfach einmal runterzuballern! Boah, ich will auch mal ein Panzer in diesem scheiß Modus nehmen! Endlich mal! Nein! Locker brennt er jetzt! Da ist was reingefallen! So, das Teil brennt von Ende! Als ob! Ja, da brennt ja wirklich was! Ja, was hab ich schon gesagt! Ey, wenn das Teil jetzt kaputt geht, ist weg, dann rast ich aus! Kaputt! Panzer kaputt! Mach das kaputt! Ihr kann nix! Du musst doch erst mal da runterfahren! Ah! Das wird so haarschhaft! Ja! Das war so haarschhaft! Unter der Wind! Nein! Er hat die Karre schon gebrannt? Geraucht? Nein! Das war nur ne... Das war ein Abgase! Diesel! Okay, gut! Diesel! Ein bisschen Ruß! Jetzt sind Diesel! 39 Liter Sauger! Ist eigentlich die Musik! Musik an, bitte! V10! Alexa, Musik an! Alexa, halt die Fresse! Ich bin rausgebracht! Das war ein Fehler, glaube ich! Nein, das ist voll gut! Aufnahme beendet! Nein! Das passiert ja nicht! Das ist das Spiel Musik! Okay, ich hab die Aufnahme gestoppt! Ja, das ist auch der größte Deck! Alexa, will ich mir niemals ins Haus holen! Haben wir aber! Das Ding hört ihr auch permanent zu, ne? Was? Das hört ihr doch permanent zu! Alexa, was denkt ihr... Ich kann mal sich etwas ins Haus holen, was einem den ganzen Tag lang zuhört! Junge! Nein, das steht bei uns im Badezimmer! Ja und? Im Badezimmer auch noch! Noch schlimmer! Mama, ich muss kacken! Die Information wird weitergeleitet an Angela Merkel, an die FBI, an die... Ja, an Andi! An Andi! Das ist doch schlimm genug! Also wenn die wollen... Also wenn die meine Flutsgerüche hören wollen... Junge, könnt ihr jetzt mal Gas geben auf eurem Fahrrad da? Äh, komm aber auf... Die Rohre erst später, weil die Siebler auch nicht mehr... Wichtig! Was kommt da alles für Sachen runter? Nur Buste! Da steht einfach noch ein Schkaß oder so und da kommt die Buste runter! Nur Buste! Ach! Der Eisbücher von SpongeBob! Raw Speed, der Picmer! Eisbücher von Sponge... Was kommt hier alles so runter? Die Tür, die hier entgegen kommen, sind auch rotfähig! Die zwei Buste gleichzeitig! Triple! Wir haben keine Buste mehr, Lenny! Was? Auf einmal Richtungswechsel! Ja, richtig. Lenny, guck mal runter! Wow! Das ist doch knapp. Du bist sicher, dass man hier nicht rüberspringen kann auf die andere Seite? Du kannst aber nicht überlebt, oder? So Benno glaub ich schon. Also Flo irgendwie auch, ne? What's up! Junge, da ist doch noch ein Bus, Lenny! Wie, da ist noch ein Bus. Wo denn? Das war ein Bus! Wo ist ein Bus? Nein! Alter, da ist kein Bus. So, jetzt ist hier Feierabend. Alter, der Bus, der rastet ja vollkommen aus. Und tschüss. Obwohl, die Stoßlage hat mich fast erwischt. Okay, vorbei an Benno. Ja, dann müssen wir jetzt wohl die anderen Sachen nehmen. Benno, steh auf, jetzt halt an! Äh, die Rohre jetzt sofort! So, jetzt ist hier Feierabend. Zu spät, kann das sein? Ja, das ist möglich, ja. Zu spät. Los Benno! Warte mal, wo müssen wir hinspringen, damit wir es schaffen? Oh, ich mach das jetzt. Ja, mach du, ich bleib rum. Ahhhh! Oh, das war nicht so gut. Hahaha, was hat mir so einen schwarzen Punkt so? Hui! Jaaaa... Äh, was soll ich denn hier machen? Hier Benno, mach von hier! Wie soll ich vorbeikommen? Arschbombe! Jaaa... Und... Und... Dann bist du dich gegengecruised. Und dann... Konntest du von irgendwelchen Sachen so unterfallen. Und dann stand es so... Sie haben sich 140 Knochen gebrochen. Je nachdem wie stark der Sturz war... Wie stark der Sturz war, dass du mehr oder weniger Knochen hast zu dir gebrochen. Das war so ein lustiges Spiel. Ja, das ist auch das Ziel des Spiels gewesen für dich. Und meinen Eltern so... Was hast du denn auf der Speicherkarte? Gar kein Plan davon, gar... Da war alles drauf. Alles. Oh nein, diese weißen Dinger, wo man alles drauf tun konnte. Alter... Mit diesem... Teil, was man... Die Speicherkarte oben rein und dieses andere Speicherteil unten rein. Wollen wir das alles auf einmal runterhauen? Oder eigentlich... Nee, ich würd da... Wir, wir... Ich würd sagen, alles auf einmal hören als erstes die Röhren. Guck mal, wie der da hochfährt! Das gibt's nicht! Ich war hier voll gas... Wir haben die Röhren nämlich gerade fast getötet. Joa, dann machen wir erstmal ein bisschen Röhren hier, Action, und dann... Erstmal kommt da ein Rollin-Bus. Wow, ein Double! Junge, was ist das für ein KitKat? Was sind da so viele einzelne Rohre in der Luft noch? Nimm mal, was für ein Double-Bus? War für so... Wow! Alter! Ich würd gern mal... Ähm... Ähm... Links oder rechts? Rechts... Rechts, rechts! Rechts, rechts ist safe. Rechts ist safe. AAAAAAAAHHHHH! AAAAAAAAHHHHH! AAAAAAAH! Alter! Du solltest ganz schlecht sein! Junge, der wusste es! Der hat gelenkt, der muss! Der soll nicht einschlagen! Der hat eingeschlagen! Ich hab's genau gesehen! Ehhh... Das war ja jetzt echt Pech! Was ich hatte! Das ist richtig! Ich hatte jetzt richtig viel Pech! Der Bus hat auf einmal die Richtung geändert! Ja, der hat auch eingeschlagen! Hine Será! Hine Parkung. Hiney. Kanse M Castro ent�� transformiert! Neß Leck 2014. Okay! Das hat richtig bock gemacht! Na, wir haben euch gewinnen lassen! Damit ihr ein bisschen wahr testing! Richtig, wir haben jetzt nämlich noch ne Map. Diss啦, wer hat selbst eine Map? Da kamen Busse runter, aber... Der Wirtschaft passt es. Du kannst es schaffen, aber du kannst auch übel haben gekackt. Richtig. So, dann würde ich sagen... Das war doch mal ne tolle Map. Ja, voll toll. Alter, 4 zu 1 sind wir echt so kacke gewesen. Scheißegal, hat Spaß gemacht. Vor allem wir noch so am Anfang, das fängt ja schon mal sehr gut an und verkackt. Ciao!